Durch die Digitalisierung werden sich auch wieder völlig neue Optionen auftun. Und das müssen auch gar keine schlechten Optionen sein, denn ich glaube nicht, dass das bisherige System, also das prädigitale System, so unbedingt erhaltenswert ist, denn aus ihm gingen eine ganze Reihe von ökologisch-nozialen Problemen hervor, die wahrscheinlich nie gelöst worden wären. Und mit der Digitalisierung bietet sich gerade ein völlig neuer Rahmen mit neuen Bedingungen. Und daraus ergeben sich, so würde ich vermuten, auch völlig neue Lösungsansätze.